Be'ezwes Hashem Isburech Der heilige größere Magid für Masritsch In Lekuvit ist der größten Talmud der Guna Kudisch, der Baal Atanye, der Seiche Zahde Kudisch Leveruche, der Baal Chag Agilif, in dem Tug Itas Kislev. In Lekuvit der Guna Kudisch, der Guna Kudisch, der Baal Atanye, 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 der Baal Atanye. « rewarding Sie! der Baal Atanye nothing to me, der Baal Atanye. Bei der Baal Atanye der Baal Atanye Dr. der Baal Atanye Vielen Dank für's Zuschauen. An der Kede Kittane, in dem Arfaden ist es nicht so, wie man sich auf die Plätze oder sich auf die Plätze und sagen, wenn sie mehr Dinge und glückliches Jeden ausgleichen bei der Echseidis. Nicht von der Matur von der Echseffel von der Echseffel von der Echseffel von der Echseffel und es muss sich das Ch Pakistani in die Esbohenung und den Echseffel von der Echseffel von der Echseffel von der Echseffel einb effectнить in dem Mioch von der Echseffel von der Echseffel Das ist Ihr Raum, nicht sehr verehrt. Und sich mit der Gäge gewöhnt, mit der Teure, mit der Töre, in der Zeit, in der England, es gewöhnt, mit der Mütter schmumm und mit der Alkohol am Stamm am Kach. Ich will lieber sagen, ein paar die Bier, wo es gewöhnt, ein sehr, sehr großer Patriot von Chassidis. Und auf dem, als ich mich in die Blattlech du, in dem Seifer auch Gounis, treffe ich einen interessanten Stickel, ein kleines Stickel, ich habe eine Übersetzung in dem Stickel. Es hat sich heute, der Stickel schreibt, wenn sie Verte Rebyanke, der der Geist, der größte Zadig gewöhnt, sie schreibt, wenn die Welt hat gerietet, In Bomben sind er gefallen, in alle Seiten, in England, in Leeds, gesessen, Chsidem, Messides Maraim, Jites Kislev. Und er bringt, er sucht die erste Schere, er sucht die zweite Schere. Ich habe mein Name Sivim noch gesagt, beschämt, dem Heiligen Chsamsäufer. Ich habe mein Name Sivim noch gesagt, wer sie glaubt nicht in Teures Anistair, in Kabule, sov, sie jachtu, als er hat nicht glaubt, in Teures Anigle. Ich habe mein Name Sivim noch gesagt, dass sie den Heiligen Chsamsäufer nicht in Teures Anistair sind. Sie sind in der Bibel, 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 in der Bibel. Eine, wo sie mir schallt, indem sie mir schlippt, in der Bibel, in der Bibel, in der Bibel. Sov, sie eine Frühe, im Manni, in der Bibel, in der Bibel. Der eine, wo sie zackt, in der Bibel, 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 in der Bibel. Ein interessanter Stichkel, wo sie zurückgespielt. Jat Kislev, Schnaß, Tuf, Schinalef. Nur dem, du, in youneini. Ein interessanter Episod, auf dem es Mamer geworden ist, wurde in der Melchome-Jugend in der Schatzruf gewöhnt in Geizet. Ich wohne in der größten Stadt und wohne dort ein bisschen in Kirche Schitzis. Ich gebe Ihnen dort nach Köhlele-Rabunen, von Litwischen Rabunen, von dem wir hier kommen. Und die Goldmai-Ferzahn von Eure Sachseides, die in der Schatzruf gewöhnt, hat er gegeben am Atunen von Köhlele dem Seifer-Vekiecher-Rabe. Vakant, Seifer-Vekiecher-Rabe ist der ganze Mamer von der Kirche mit der Achusse und der Schatzruf gewöhnt. Aber er hat sich nicht mit dem Tappen gewöhnt mit dem, als er gebringt und gegeben am Atunen dem Seifer-Vekiecher-Rabe in der Litwischen Köhle. Er hat geschrieben auf dem Deckel, der ganze Mamer von der Kirche übersucht, was wir kennen von dem etwas herauslernen und wir kennen von dem Bohnen, was wir bald schmissen. Er hat gesagt, dass man in der Kirche sagt, dass der Schatzruf eine andere Sache ist. Er sagt, nein, der Schatzruf sagt, nein, der Schatzruf sagt, nein, der Schatzruf ist das schön, dass nur ein Schatzruf ist. Er sieht, dass ein anderes Sache ist, was sie nicht gewöhnt früher. Nein. Nein. Das ist ein Schatzruf. Das ist ein Schatzruf. Rache mit den Rambam. Rache mit den Rambam Das stimmt, dass Rache gewöhnt von Rav und Rambam gewöhnt von Schmiel. Bei Meile, die Luche von Rambam bedienen, also die Luche von Schmiel. Schauen wir noch verschiedene Male. Wir kommen jetzt. Sogte, dasselbe Sache. 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 zwischen jüdischen Kindern, im Polen Jeschies, im Amid Talmidim, und in meinem Kedusha Eretz. Dr. Chuchameichot hat gesagt, ich suche noch den Luschnich, weil keiner gesagt hat, ich lebe nur auf Fidisch, wo sie steht in dem Seifer, wo sie geschrieben haben. Dr. Chuchameichot hat gesagt, wo es der Chilich zwischen Balschemtov und dem Neude Beide Dr. Neude Beide hat gemacht Chibirem, und der Balschemtov hat gemacht Jiden. Bebeginn ist, Herr Neifisch, Herr Scherussi Bechura. Dr. Nuchte mich geben, Herr Gurnakuditsch, der Chedische Erem, in der Heilige Sanzeruf, wo sie ihr Neifisch verteuert, in der Abweide, in Gimines Chassudem, in Zedukke, in der Heilige. Dr. Ames, sie gewähnt Tzadika, wo sie nicht gewähnt, als er gedoeilem beteure, wie die neue Beheide in der Gruppe. Aber heute, gedoeilem, gedoeilem, bei Prischis, Zinniis, bei Kiddischis Yosef hat Tzadik, bei Kiddischis Yisod al Magdreiger Romme. In dies, der beginnt, Dr. Einkel Chudisch. In der Tat, wenn die Gemüren, bis man Aschass, ist auch gewähnt, bei aller Erweide, auf Gura, Größe, Madreige. In dies, in der Gewähne, der Rebbe, von dem Dorf, wo es wird geschickt, mit Palosan, auf Heulem, in der Freigen. In der Gräse, in dies, in der Gewähne, die Gedeine beteure. Sogt der Rabbi, bei allem Offsen, wo es betrefft, in der Gemüren, seit man sich in der Gemüren kann sagen, halloches, bringt der Radigme, Rebchanine, Bendeuße, Rappenches Ben-Juir, wo es Rebbe hat gesagt, auf ihm, loizu chini loizu oilom, niske loizu oilom abu. Und er bringt noch eine Sache, maare meckäumes wegen dem. Noch dem linkter Arrof HaMushl, fin duved am Melech. Duved am Melech, sogt der Rambam, mit gewähn, fin dem Mekablai hat Teure. Und er hat sich mit der Schreie gewähne, oder sich mit der Schreie gewähne, mit Zahn Chassidis, in der Rizzugt, loichusiduni. In der Luschen, fintanet dabei, leui peiri Gimel. Oidu, maare duved am Melech, ule vashulem. Ani yuraisi, mitoich simchusii. Man yirei, gekimme fin simche. Simchusii, man simchei gekimme, mitoich jirussii. Veahavu also al kila. Lefichoch, zugt etanet dabei, leui, atuud am Melech gesugt. Kurasli, akudishborchi, bris, shahani ee, buki, bemikre, bemishtne, baluches, baagudis, anahzei vata. Medeem hat erzoichi gewähne, zi mam'shich zahna, da gröisse, zach, viret geuzer gewähne, feyichet pnie, in ehr mit schloim amsakken, gebein boinei rishelai, welchen chibber in de teure a duvid am Melech in zibigelost varei rishel. Zugt et de teure a kdoishe fin duvid am Melech a teribigelost a seifer tehillem. Zugibet et leshoines de pur shires. Hameroymem vehamekadish tfilas kol yisruel ad b'yesha goel. Vus in tehillem treffman tfilis, chasidis, emine, betuchen, chiflis, kedishe, veta hare, in de tachlis a teure. Fin duvid am Melech fin eine von de mekablai a teure a tibigelost deim heiliga teure varei rishel varei rishel varein ganzen kladisruel der heilige seifer ten tehillem. Noch dem geiter heran in Aschmiss muss es auch ezei wichtig bei der reine Juni eme daf es chaseren vareinze vareinsere kinder weil in jeden dore daf es oben a chisik du se da hinjen fin ta hare be mikve en atville be mikve. Buri chashem treibisht uns mizake gewein bie jemeine Juni sedu vi jiden vone bruchol bokeumis vishveshaim burtmen scheine herrliche mikve es en sa apele sehtos vi a psa hecherem melchume vi se macht sich in befrad ba de benay eme irem a schwerikeit in ane sauen zesal neser in tvile be mikve so gehibe des shiris as wer sedaf oben dem chisik soll es hirn der heilige vashem to vod gesuk kam mu mad reigis ot amassi gewein ale deite hare tvile wusser gewein rugil ze brochen des haas in se gangen teuflen brengt er abakante maas se gewein mulagoi als er gesehn wir der heilige vashem brecht auf des haas an teufel sich in biser gebrochen des haas se gangen hoff schna hoff maas in es ha blittig geworgen von dem maas hat er gehoi rach munus gehat auf dem srullig wie mit ihm geriefen in er ausgespreit streu er soll nicht gehen auf dem ollen haas er soll kennen er soll verblittigt werden biser sich interessiert er geworgen war an duse der goi in er hat dem ungewinn er soll leben hin die juh le kach have hat man gewinn den bals sem tov er so kenne teufel in mikve nur den brengt er zidem du kam wo kam ma me koh mis in er brengt seifer even u ä min u gaini me katt mu in a ge unem fin de friede ke ge unem am ze brochen as in shabbos sich zi teufelen en aso yot getein der heilige ben juhi ben yo judo wo er ze brochen as kdei sich zi kenne teufelen zuck des schotzer ruf in dem werd ben juhi ben juhi ungeriefen ben isch chai weil einer wussi zahl neuter werd ungeriefen chai als er gewähne nisr betwille in as er be kdei schee betah hare werd ungeriefen ben isch chai in verran bam brengte mod kai monisch me watl gewähnt will es hezre nor sie gewähne schwer fahren zibber im hat es nicht käufe gewähne isch be me le bootle gewor in beshiner e bespare chai misspallel at sheroich et kol besura b'mah im shem hikoin im bakan der rambam az me will wissen zi ein er es noy ga geyor es vus mizet as in a hegiz bedark ysruel in a gervus bedark ysruel shet toivel le keryoi wo oysi kol la mitzvus ve his boyn ni bu zah keryoi miz nur viteros der seifer vikiche rabel is nich bed moit energetes hamatoone vada chachma koile dokter mimahem yiske aite zoiche sa et er seyn ba eyn pekiche ba emis unka shim ne giyis en unka nakh shun es et seyn ade cedik is mit nkhusit na vuj den bay yume moeim ben chsidiz hat man is gewiss mai yile di oin wussit aros kym mf ande abe han zetok in aft in 323 deures frie efen in was mod gese in as chsidiz ad gewissen med amas a chsidiz in dach ochme in kid is i z i russo at me gese in wifel sat mar be gewinn in de welt hit der mit z miz zihires ba achille is tia miz feks feike fenn machulem loym et to hurem in sot gama ta ha hoymes barzl zwishen de menschen vuz gaim i da iz rumem hamurem fin de haskule vuz budževot shen hindit ju zogter de haskule ha ha sheichu vah tipschis in lernan de chochmes ne le schoine suvamem budus si des sikhem el tzninem vada teure akdeusche in jidishkeit nur nun zerbeiset zich av de philosophie de philosophie hu ariru asoi ve de gru rift son in her da es me kif aint es aina vuz 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 nimm sich nuch di ale chochmes vuz 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 von der Kirche sind auch gewöhnt heute mit Nackdem, aber so am Geheer dem Derech der Walschäm, eben gefugen und zu sehen und zu treuen sahen, für die Besitzkeits. In alle sind gewöhnt, die Gedeulen beteuern, aber mit Gesehenem größten Ohr sind alle dort geblieben. Begottli, behitzlichi, beusi peiri. Nur wenn man mit Karbe gewöhnt hat mein Name, heim sind sie gewohnt, die mein Name haben seine Kinder, beinahe, beinahe teure, baller mitzwe, baller zedduke, gemittes kreise, dach nusser sorgem, in die andere Medine, wo sie nicht ungekommen der Ohrachsidis sind geblieben, artrikener Holz. Se Emes, wo Zedek keine Kenneissenschmack geschehen. Viel ist noch so, in die andere Medine, die Gedeis Gille, wo sie lernen, aber der Amoyen haben sie gewohnt. Durch der Appele von der Sache, in den Zeiten von der Gemüres sind die Amoratsim gewöhnt sonem Gemirem, zedetamidichachume. In der B'Shem Akudish mit seinem Heiligen Weg, und mit Karbe gewöhnt alle Amoratsim, bechol minai his Karbes, bisenen nehebchi, leoihavem zedetamidichachume. Inzale sich maschpel bebitel Gumer, ziatamatruche. Bezeh loih hoyu alfeishonu azazach, azamayuret zonnetach mevatel zahnen libu ubenetachmidichachume. Bezeh Ames, wo Zedek, zhug terir v'kadish mishamaya nuchis, zemachan finsonem, machan oihavem, bezeh miniflues a boire burichi, burich schmoi. Vierteros, chizki v'imzi, zikäufen sifre chesidis, vuzanen buni ime giddel abderich ha-kabule in chokmes v'emes, in arankikin, arankikin izoer akudish, arankikin tekin izoer, vertitami at etztoim zhan, dwash v'neufes, zifem, in hatamfin tfile, in hatamfin teure lishmo. In bifratis es mair, zermachik zan van ala chakires, van ala filosofies. In afir tos zems hof, muren, aguren azadik, admer, ma'arid mit belz, schoene lewroche, heraluni, bedarka meushe, joerdaya simer reishman vuf, injen, nichbet v'kudish. Es schraptnish wuz, der Matvis, breng du dem Luschen. Dorten steigte ich, zoges, bekitza nimritz, atzivev in rivisch. Breng de rivisch, me fragte, wuz meint chokme jevonis, zizem meinte, zifrei ha-teiva, des hans. Zogde rivisch, nein. Wenn chazal redden v'chokme jevonis, redden v'n ebz, a interssante chokme, wuz me geret mit remises, wuz nisch jeder rein hat verstanden, nisch des meintes. Ober, zogde, di alle sifrei ha-teiva, tumenisch lernen, faren andre ta. Wal zanemis amtsim lakö, divre derusayni, zogde, nor wuz isch teiten de teure isemis, in ale andre chakire sin en eifes vutoi. In dusgeiteran, in sfurm chizäunem, in sifre mine. In a breng taluschen finchab haigur, nochet wegen dem, zimis a lernen, di alle sifrei ha-teiva. In a breng taluschen finchab haigur, in sifrei 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 teure, vuz brengti irishoma haigur. In a meleerende sifrei ha-teiva, vert ma fadreidem kop, az de ganze velt is-teiva. In a zoizermarek vater. Afir tovst, in de letzte shiires, In a lever, in sifrei haigur, in sifrei haigur, in sifrei haigur, in sifrei haigur, vat maf-teiv. Die Heilige Debiram, wo man tracht damit nicht. Wenn Sie mir, wenn Sie mit der Schuss und mit dem Chassidischen Laufiss, wenn Sie sich sagen, dass Sie mir die Schuss verletzen, die von der Schuss abhängen. Aber auch eine Kette muss mir keiner rausbringen in den Kortzen. Das ist eine gewaltige Sache, andere lernen, weil es es gibt verschiedene Themen, von denen man lernt. Lernen, sie fern, sie sind, hat eine Matur und sie kommen zu der Pintel-Lechtheit. Wo ist die Pintel-Lechtheit? Wenn man die Muschel zahlt, wenn man die Muschel kommt, wenn man die Muschel zahlt, hat man die Muschel. Das ist eine gewählte Sache, die man sich hat, angespart und in das Tinkenzimmer eingeladen hat. Das ist eine gewählte Sache, die es gibt, die es gibt, die es gibt, die es gibt, die es gibt. Aber das ist eine gewählte Sache, die es gibt, die es gibt. Wenn man die Muschel zahlt, hat man sich rein geworfen, ein Löffel, ein Koppel, ein Messer mit einem Teller in eine Pumachule. Die zwei Klänge haben sie gleich gehabt. Das ist ein Löffel, aber sie können sie nicht mehr zu geben. Der Typ ist, wenn sie nicht mehr zu geben, hat sie gewusst, wo ist ein Löffel, wo ist ein Messer, wo ist ein Gupel. Ich bin dort einer, und er hat ihn versucht, auszulernen. Er sagt, er nimmt die Kale und klappt es euch mit den Fingern. Er sieht, dass es steckt, das ist der Wissen, das ist der Gupel. Er sieht, dass es flach ist, das ist der Wissen, das ist der Löffel. Er sagt, Veterans haben ihr gekauft es. Auf次 morgens, hat er schon vergessen, er beschreibt nur einen Gupel, Woher, was hast du gesagt? Er sagt, wir avait den Knopf wieder einmal. Ernt� 60 mit den Fingern, dass sie Schecht, es ist der Wissen, das ist die Gupel. Er hat sehr flach, das Wissen, das ist der Löffel. dentro der carrots, zweitem Tag, dritten Tag, jenend Tag hat er dafür genaufte die Knopfel. Es legt der zweite Gupel. Er sagt, es ist wirklich das, aber mit этого mornings können wir es zeigen. Sie wissen, Sie machen ein bisschen, bisschen lochendes Wand. Das ist doch eine Portek. Aber es ist ein Ratsch, ein bisschen Lechtigkeit, und es ist ein Gopel, und es ist ein Löffel, das der Mensch darf lernen. Wenn man mit dem Masber gewinnt, wird es mein Lechtigkeit. Der Nefische Bahamien hat so viele Miedesruhe und so viele bitteren Sachen, wie viele die in Masber sagen, hätten Sie keinen Verstein, und als Sie einen Verstein haben, bis morgen erwarten Sie nicht, das geht und das ist schlecht. Das ist ein sehr schwerer Weg, wo Sie arbeiten nicht. Was geschieht? Mit dem Offen der Schumme. Hier hat uns die Davonen. Hier hat uns die Lernen, innerhalb uns die Sehne der Lechtigkeit, der Lechtigkeit von der Mitzwe, der Lechtigkeit von der Davonen, der Lechtigkeit von der Kapitel Tillem, der Lechtigkeit von der Maibischen, und in den Meilen wurde alle es gut ge bocabieren. Sie hatten die Kennenahmung. Ganze ist praktisch, auch Handeln, und bei der Lechtigkeit von der Luchtigkeit in die Kirche erschien. von Blättel zu Blättel kommen mit jedem chesidischen Seifer das ganze Leben. Von Hofstein bis ein Schlupfen, von Rosh Hashone bis Rosh Hashone. Weil in jedem Wort von Debiram, von unseren Rebbes, in gelegen Allechdigkeit, wo es so tarugisch handelt, in er aufgebringt, jede Sache, was er hier tut, sie muss er essen, was er trinkt, sie muss es Schabbat, sie muss es jonten, sie muss es am Mitzvot, sie muss es Haneke. In jeder Sache liegt auch Allechdigkeit. Aber gleich, sie sehen die Lechdigkeit, müssen wir sein, duvig zu sehen. Sie öffnen auch Siedische Seifer, in Blicken auf Wort, in Nachsuchen, in Scheinwort, von dem Zadig, von jedem Zadig, von dem sieht man noch nicht die Lechdigkeit. Das ist eine Sache, wo es man darf sich mit Dabbeg sein zu sehen. Man nimmt Bequies als Seifer. Zu jedem Nefisch und zu jedem Schumme rett ein anderer Seifer. Wie mehr man sich mit Dabbeg, und man gewöhnt sich an die Werte, und man tracht daran in die Werte, hält man nun zu sehen, die Scheinheit und die Lechdigkeit der Fynn. Einen interessanten Zettel habe ich da von mir, wo es ganz interessant ist, von Neulem mitzuteilen. Das hat es mir geschickt, als er es mir geschickt auf den Postakapit auf ihn. Ich gebe ein Rapport Schieres. Ich suche nicht alle Schieres, weil ich verstehe nicht jede Schiere, aber wo es so eine Geile in Yunani, er hat es sich besucht. Ich habe gesagt, dass jeder einer weiß, von einem Schragefabel Mendovich, wo es er ist, wie es eine Sache zahlt, der Wurche, der Mejassit, der sich teuer ist. Es hat eine Klöch, am Gerichtag Hintergrund, verschieden, es ist eine von den Sachen, die Dodo, an Schiemen, die Flüge, wo es Schragefabel Mendovich, hat geschrieben, steht, der Hackdumme von dem, also ich weiß, es er nicht gesehen, in der Zeit, ich dachte, ich kann es lernen, ich kann es lernen, ich kann es lernen, ich habe es in einem Kuhort, wie man es nennt, auf Deutsch, und ich habe ein Sachsifferer Messer und ein Sachsifferer Chesidisch. Und den ganzen Tag, ich habe es in der Zeit, ich habe es gelernt, das zu fahren, das zu fahren. Und dann habe ich geschrieben, das Purschieres, das Lichium Jesuidium, zwischen den Nieser Messer und Schieteser Chesidisch. Und ich sage nur, ein paar Wörter, wo es ich stehe, weil ich nicht alles verstehe. Der erste Schere sucht der Haseu, das heißt, er zerteilt es, Barabesruhl, das heißt, Barabesruhl Salanter, den Becheule von den Nieser Chesidisch, in Barabesruhl. Schreibt der Haseu auf Jidisch, Barabesruhl existiert nicht keiner, nur der Mensch. Keine höhere Welten, keine niedrige Welten, interessieren ihn nicht. Der Mensch ist einsam. Klömer hat er angekickt in der Mensch, in seiner Midis, in seiner Mahlis, in Chesreinis, in dem hat er gearbeitet. Bachsidisch, der Mensch ist der Mensch, der Heilig von der größten Welt. Das meint die Lechtigkeit. Man schaut nicht klein auf den Mensch, der Mensch ist eher der schwache, der Mensch, der Mensch ist der schwache, der Mensch ist der schwache, wenn man den Mensch mit der Lechtigkeit als der Heilig von der größten Welt, hat es nur ein anderer Puhnen. Das muss ich noch erzählen. Der Mensch ist der Heilig von der größten Welt. Nur, dass wir noch erzählen. Bei Besruhl darf der Mensch nicht rauskicken von sich auf ein Minit, weil bald ist er verloren. Klömer, aber kickt er raus von sich ein Minit, ist schon ein größeres Kuhner. Bachsidisch, kickt er nicht raus, man kickt er an. Wenn der Mensch kickt er raus von sich, und er kickt er an in der Welt, kickt er an in sich, mehr seit dem sich als er heilig von der größten Welt. Nur, in der dritte Schere, bei Besruhl existiert nur der Mensch, nicht keine Menschheit, nicht keine schützliche Arbeit von Ador oder von Deures. Bachsidisch ist das Ziel der Historie. Die ganze Brille in aller Deures arbeiten zusammen. in der dritte Schere, ein bisschen scharf, ich will sehen, wie es steht. Die Besruhl redet nur von einem Mensch, nicht von einem Jid. Er sieht nur den menschlichen Kuchen in ihm, aber nicht den jüdischen Kuchen. das ist der menschlichen Kuchen. wie der Mensch losziekos. Nur noch ein Puschieres, nur noch ein Puschieres, als ein Messer kiegt daran in sich, in Gesiedes kiegt daran in die Welt, und man sieht sich. Das meint Allerichtigkeit. Jeder Sache in der Brieh hat das Scheiches zu mir. Jede Sache, wo es am Ende steht, hat einen Effekt, wie man sagt, in der ganzen Brieh. Und nicht nur von Hand. Der ganze Scheiches im Mai ist ein großer Kümel Schleimer. Das ist der Ohr von Lusit Luwoi in der Ohr von der Schiech. Was heißt und das ist der Ohr von der Schiech. 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 Tug nach Tug, Schuh nach Schuh, wie größer, wie schwerer der Gull ist wert auf uns. In jeden Kümel, im Smedrisch, man lernt, man darf nicht. Als größer sind die Tickine, der Gull ist noch schwerer, man lernt noch alles. Der Gull ist noch schwerer, man darf nicht noch alles. Bis gewöhnt, man hat das Teure, man hat das Gehütte, mit sich der Hände, mit sich der Hände, man hält sich an einen auf, wie schwerer der Gull ist, als größer sind die Tickine. Wie hat einige gesagt, der Reibüster ist ein Gitter-Business-Mann. Jeder Reiner versteht, als ein Business, das macht nicht keine Woche, ein Business, das ist ein Bankrat, macht man das Business. Der Reibüster hat geboten, ein Business gemacht, 6.000 Jungs zurück, er hat das Verkern, einen Tag nicht gespart. In jedem Tag, in der Schule, man kippt, man über die Bücher, also wie wir, in Sifrech-Sides, im Fraten, in der Gitte Teure, man kippt über die Bücher, zum Beispiel, das halten der Business offen, und es ist offen, und steuert mir die Gitter, wenn es nach Stuschen bei dem Himmel, und der Business ist offen sofort. Es ist bei Hechre, der Reibüster macht, größere Wochen von uns. Eilen Mai, man sieht durch den Korben von der Welt, wie sie geht, hier an uns sehen, das ist der Offen des Hasidens, in Slermer, in Davener, du in dem Gull ist, in das ist der Leichtigkeit, wo es in dem Schan-Taran, in alle Deures, in die Friede Dicke Deures, in die Kümmer Dicke Deures, und das bringt daran, an Leichtigkeiten, an Freilichkeiten, der Wöde von der Jid. Es kommt ins Du, der Heilige Jontef Chaneke, wo der Jontef Chaneke, immer wir in alle Hasidische Spuren, wie li, Jöitsum und Aklal, als dus ist der Offen der Heiligen Hasidke Lecht, wie sie schaunt daran, tief, 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 in jeden Jid. Und das ist eine von der interessanten Sachen, was man sieht, die Kürung des Hasidies. Alle in Jungen, was wird mir wir in Kabule, wie sie mir wir in das Heilige Seifer, bei der Soscher, in den Heiligen Spuren von Balatanie. Alles wird mir wir in Puschete Wörter von der Wöde. Dort wird es mir wir, wie der Ami des Amalches ist, und du wird mir wir, wie Inzsteimer, wo es Inzimmer der Amalches ist. Dort wird mir wir, wie sie die Echidim schaunt in der Rupp, mit Röschkoldagen, mit Zofkoldagen, und du wird es mir wir, wie sie schaunt daran, in unser Herz. Der Interessant, nur du bei der Soscher, leigt das Ziel, als du sie sagst, wie du beginnst, in den Amalches ist der Kürung des Amalches. Der Amalches weiß du, wie dieser Amalches ist schlau, wo es der Eichet ist, wie in der Kürung des Amalches ist schlau. In dem Amalches ist der Kürung des Amalches, wo es der Amalches ist sehr niedrig, und sehr klein, aber der Ort, wo es schaunt, mit Röschkoldagen, schaunt, Aran, keili, sie wohl gewähne, a Yichet, buchala, koimisch leime. Die Größkeiten der Heiligkeit, wenn das Amalchen, in der Handekelecht, wo du sie sich mischtazer, sie wird zusammengedreit, mit dem Heiligen Orach Siddhis, wo der Bershemtow, bei Juma, hat Mekariv gewähne, alle Anush und Pschieten, und von dem hat sich geschaffen, tausende, tausende Jiden, ehrliche Jiden, in heilige Jiden, wo sie noch herausgekommen, von der Puschet Jiden zusammen, und ich kann auch sagen, adjum eine Uni, wo sie in unser Dorf, an der größere Or, wo sie der Or, für Melech am Schiech. Ich habe mir sahen, Puschet, mit noch ein Wort, ich habe gesagt, dass ich will noch nachsuchen, wo sie steht, aber ich erzähle eigentlich ein Wort, wo sie haben getracht, Le Kovid, dem Mamed, Le Kovid, dem Orach Siddhis. Ein interessanter Rames, wo sie sich auch gewalt mitteilen, mit den Neule. Es ist bekannt, der Heilige Balschem hat gehad mit ihres Nefisch, zu fuhren, kann der Zisruel, in er hat gewalt sich treffen, mit dem Racheim Akkudisch. Wie sie schreibt, der Heilige Kamarner, als die Gedanke gewähnt, an der Racheim Akkudische, gehad mit sich, der Beginne, für den Riech, für den Duvida Melech, in der Balschem Akkudische, sie gewähnt, der Beginne, für den Nefisch, für den Duvida Melech. Und als sie sich zusammenkommen, der Nefisch mit dem Riech, damals, er zählte auch, dass nicht schlimm wäre, der Heilige an der Schumme, und es ist nicht egal, während der ganze Duvida Melech, in der Sante Tickung der Schule. Aber ich bin getracht, in der Sante Tickung der Schule. Jachat, Jachat, die ist neutriken, Yisruel, Chaim in Duvid. Und der Heilige Balschem, hat sich mit Jachat sah, der Riech, der Nefisch von Duvida Melech. Mit der Riech von Duvida Melech, wo sie gewähnt, in der Racheim Akkudische, hat nicht schlimm wäre, in der Schumme von Duvida Melech, dass er zählte Jachat, sie schieft die Yisruel. Und interessant, die Ischachumme, der Avigayel, der Gesug von Duvida Melech, Und der Nefisch von Duvida Melech, und der Racheim Akkudisch. Noch ein kleiner Rames, der Chvodum von unserer Heiligen Rebbes. Also, wie man schon früher gehört, von der friedlichen Redner, als der ganze teure Mitzviz, in der ganzen Limmat der Chassidis, lernt ins Einsach, mit sich das Nefisch von Duvida Melech, schmeiß Ruhe, lechamele, 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 lechamelechot, wo du es keuleln in sich, alle teure Mitzviz, und alle Avoydes, und sie kommen zu dem Pintl. Apelle von der Sache, in Seifer Balschemtov, von Pashchis, und der Schanon, in Bekor, Maa, im Chaim, in der Uhr, in der Sossi, in der Dallet, bringt er eine interessante Sache. An der Heilige Kamarner, wenn er dammt, dem Heiligen Balschem, schreibt er der Werte, Hurra, Wissruel, Beneliezer. Sog der Mechaber, der Malaket, in Seifer Balschemtov, als er Tracht, verwusste damanter allemul, mit dem Luschen, sog der Walder, Luschen, Hurra, Wissruel, Beneliezer, ist Pintl. Begematri, Schmeis, Ruhel, Havai, Lekeini, Havai, Eichot. Tausend, Elf, Kifjit, Chess. Aber ich möchte, sie zu legen, eine Kede. Also wie mich, schmiss, an der Heilige Balschem, gerade der Nefisch, in Duvit. Nefisch, Schalmushiach, ist Pint, dasselbe, Mispel, Schmeis, Ruhel, Havai, Lekeini, Hachem, Eichot. Wenn es nicht geändert werden, der Nefisch mit einem Riech, ist es nicht achet werden, dass es nicht geändert werden, die Eichot, die Kvotschumaheim, sei die Eichot, Elua, in die Eichot, die Tue, daselbe, der Eichot. Und das ist burich, schaim, kvot, malchisael, leoel, vod. Wägendem, Nefisch, vriach, schalmushiach, U, ist begematt, rea, eilaf, sin ninchess, burich, schaim, kvot, malchisael, leoel, vod. Wägendem, wenn wir noch noch wissen, in der Maturiz, zu sein, Duvik, in der Spuren, von in der Heilige Räbis. Ist auch nicht gelernt, habe ich gelernt, soll sein, aros zu nehmen, von jedem Stückchen, von jedem Dibber, von jedem Schere, der Lechtigkeit, wo es liegt, zu sehen und zu fühlen und zu verstehen, wieso der Tzadik hat gelernt, die Mitzvah, wieso er geteilt hat die Mitzvah, wieso er verstanden hat die Mitzvah. In der Asiduah-Ninien von Kabule, wieso er das Verstand an all derer, die erweide, wo es hat uns zitiert mit uns, und wieso er sich ein daran in der Erweide von jedem einen. Und wenn wir so tun, damals sind wir am Amschich auf sich und auf die ganze Zwiebel, dem Ohr von dem Heiligen Balshem. Von dem Heiligen Balshem helfen, alles Christ von dem Heiligen Balshem und dem middo ist wachdeutschim, in dem Baal Elile der Rebbe Reber, in dem Baal Chala Gehile, in dem Baal Atanye, und dem Baal Atanye, und dem Badayim wachdeutschim, und dem Baal Döivudohr. Vur so legen wir uns, wir können lernen, in der Daunen, in Dinnen der meibischen, in der Kabulsah, dem Heiligen Yontef Abulu vanayne, dem Heiligen Lechtigen, Yontef Khanike, zu leraanschanen, in unsere Herzer, in die Herze von unseren Kindern, und alle die von der Mose beherrten, die von dem Offen und der Mose nach der Mose, vom Mose, dem Mose, der 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 Mose.